Die S-Geschwister von Audi bekommen ein neues Mitglied. Auf der IAA stellt sich erstmals der S7 Sportback den neugierigen Blicken der Weltöffentlichkeit. Unter der Haube ein 4 Liter vor 8 mit 420 PS und 550 Newtonmetern. 4,9 Sekunden vergehen für den Spurt auf 100. Bei 250 kmh schiebt die Elektronik der Besteunigung einen Riegel vor. Je nach Fahrweise können Vierzylinder abgeschaltet werden, um Treibstoff zu sparen. Eine Technik, die auch bei den Geschwistern S6 und S8 zum Einsatz kommt. In Zeiten wie diesen, in denen sehr stark über CO2 diskutiert werden, was kann und was darf man da noch mit ihren leistungsstarken S-Modellen machen. Gut, wir haben hier natürlich einen Headrick hingelegt mit den von Ihnen beschriebenen Modellen. Ich finde die Autos einfach super emotional, schick und schön. Es ist uns gelungen, mit den Achtzylindern die Verbräuche unter 10 Liter zu bewegen. Wir haben dort auch wieder in Hightech investiert mit Zylindermanagement, das heißt Achtzylinder, Vierzylinder, Active Noise Cancellation, sodass der Kunde eigentlich gar nicht mitbekommt, in welchem Mod er fährt. Aber es dient einfach der Ressourceneffizienz und ich glaube, das ist technisch schon eine richtig tolle Antwort. Die 7-Gang S-Tronic verteilt die Kraft auf alle vier Rädern. Serienmäßig kommen diese im 19-Zoll-Format. Kurze Überhänge, niedrige Dachlinie, der Fünftürer wirkt von der Seite eher wie ein Poupé. Aluminium an den Außenspiegeln und im Kühlerdrill sowie der große Heckdiffusor unterscheiden den S7 von seinem Bruder A7. Auch im Innenraum ist die Herkunft klar. Zahlreiche S7-Schriftzüge verraten die sportlichen Gene. Der Preis des Sportlers ist noch nicht bekannt.